Bei den Schneidler Sauna und Infrarot-Tagen von Donnerstag, dem 29. November bis Sonntag, dem 2. Dezember, warten wieder tolle Angebote auf Sie. Erleben Sie die Ausstellung mit finnischer Sauna, Dampf-Bio-Sauna, Sohlesalz-Sauna und Infrarot-Tiefenwärme. Holzschneidler fertigt Sauna- und Infrarot-Kabinen nach Maß und ihrem Geschmack. Moderne Saunatechnik mit Innenbedienteilen, formschönen Saunaöfen, indirekten LED-Beleuchtungen und Klangtherapie runden das Wellnessprogramm ab. Die Aktions- und Muster-Kabinen sind reduziert. Außerdem erhalten Sie bei Kauf einer Sauna- und Infrarot-Kabine eine ergonomische Rückenlehne kostenlos dazu. Besuchen Sie die Sauna- und Infrarot-Tage von Holzschneidler Grieskirchen direkt an der B137.